Hi Leute, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und damit der Tag auch perfekt startet, habe ich ein leckeres Bananen-Pancake-Rezept. Ich würde sagen, let's go! Wir brauchen zwei reife Bananen. Das Ganze zerdrücken wir. Dann 200 Gramm Mehl, 20 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas gemeine Vanille und das Ganze verrühren wir. 60 Gramm Butter schmelzen, dann trennen wir zwei Eier. Das Eiweiß steif schlagen. Test, ob das Eiweiß steif genug ist. Die zerdrückten Bananen in eine Schale geben. 250 Gramm Milch dazu. Die zwei Eigelb. Das Ganze vermixen wir. Nach und nach Mehl dazu. 30 Gramm Sprudelwasser. Das Ganze wieder verrühren. Die abgekühlte, geschmolzene Butter hinzufügen. Und weitermixen. Zum Schluss Eischnee unterheben. Dann backen wir die Bananen-Pancakes auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze zwei bis drei Minuten aus. Dafür benutzen wir eine beschädigte Pfanne. Ich wünsche euch guten Appetit. Buon appetito! Hey Leute, ich bin's nochmal. Ich habe noch drei Tipps für euch. Erstens, wenn ihr Bananen kauft, dann kauft reife Bananen. Denn die sind viel, viel süßer. Das erkennt ihr daran, dass sie braune Stellen haben. Dann wisst ihr ganz genau, okay, das sind süße Bananen. Zweitens, wenn ihr möchtet, dass der Teig in der Pfanne höher kommt, dann benutzt statt Spulwasser Backpulver. Allerdings verändert sich auch die Konsistenz. Drittens, wenn ihr Teig übrig habt, dann könnt ihr das auch am nächsten Tag benutzen. Ihr müsst nur die Frischhaltefolie drüber machen. In den Kühlschrank und die schmecken am nächsten Tag genauso lecker. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Buon appetito! Bis zum nächsten Mal.